Suchst du eine neue Idee für einen Junggesellenabschied? Musst du ein stillvolles Event organisieren? Wirst du was Spaßiges und Lustiges mit deinen besten Freunden feiern? Dann ich habe etwas für dich. Fun-Life-Draw ACK zeignen Events, wo man zwei Stunden lang einen sehr muskulösen, schönen Mann zeignen kann und seine schönen Formen auf Papier zu bringen. Du wirst begleitet von einer professionellen Künstlerin in einer schönen Atelier-Atmosphäre und bekommst vier Tipps. Stas Guaranty Mit Prosecco in einer Hand und Coleman-Stift in der anderen. Und du kannst deine Bilder nach Hause mitnehmen. Ich bin Penelope, ich bin Künstlerin und komme aus Australien. Ich bringe von Down Under die Sonne, die Kreativität und diese neue Idee mit. Fun-Life-Draw Das ganz besondere Erlebnis für Junggesellenabschiede, Events und Geburtstagsfeiern. Und jetzt bist du dran! Das Ganze ist interessant. Vielen Dank.